Tino schon. Hat rot. Was geht ab, Alter? Ja. Okay, haben wir gerade noch so zählen lassen. Schauen wir mal, Tino. Weißt du, was wir heute machen? Nein. Ich sag's dir. Wir rufen heute ganz viele Leute an. Pass auf. So, 0152. Drei, vier. Drei. 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 So, rufen wir mal an. Schauen wir mal, wie man angeht, Tino. Sagst du dann Hallo? Komm. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Remember your style is murder time. Habe ich's falsch gewählt? Ja. Denkst du, ey? Ja. Okay, probieren wir die hier. Komm und raus. Oh. Tino, bist du gespannt? Hallo Leute. Hallo. Hallo, mit dem sprechlichen Nacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mit Margarete. Hi, hier ist der Celo. Oh mein Gott, ich hab dir nicht gedacht. Oh mein Gott, wie cool. Weißt du, wer hier noch ist? Nein. Tino. Sag mal Hallo. Sag mal Hi. Hi. Ja, nimm mal das Handy hier. Hallo. Hi. Ich freue mich von dir zu hören. Ja. Ich bekomme alle deine Videos. Ja, danke. Und like sie. Und like sie auch, ja? Sie liked sogar. Daumen hoch. Rette leise. Okay, entschuldigung. Wir retten Tino. Ja, Tino. Nein, gehen wir gar nicht. Und du bist die erste, ne Tino? Echt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fühle mich wirklich mein Herz, ne? Okay. Tschüss. Tschüss. Johanna, wirst du mal weiter? Sag Hallo. 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 Okay, tschüss. Hallo. Auf Ende. Die hat gar nicht geantwortet. Ich glaube, die hat auf Stumm geschalten. Halt doch. Och Mann. Na. Wir rufen jetzt einen Jungen an, okay? Oh nein. Oh ja, einen Jungen. Den Marvin. Ähm. Vier, vier. Ja, weißt du seine Nummer? Ja. No, neun. Okay. Vier, vier. Und so, oder? Ich, ich. Ja. Hier. Ja. Das funktioniert. Hallo. Willst du eine Nummer sagen, Tino? Ja. Okay, sag mal. Okay. Alleins. Ja. Ja, warte. Dollar. Ja. Okay. Alleins. Drei, zwei, drei, drei, vier. Abfall. Drei. Drei. Und Dür. Drei. Okay. Mal schauen, ob jemand kommt, ja? Maffe. Vielleicht landen wir ja bei McDonalds. Oh ja. Hallo. Hallo. Tino. Hallo Mutter. Ich bin auf dem Sofa. Hi, was geht? Hier ist der Cero und der Tino. Hallo. Mit wem sprechen wir denn? Okay. Nein, noch nicht auflegen, Tino. Ja, Oma. Nein. Mit wem sprechen wir denn? Hallo. Jana. 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 Jana, okay. Hi, was geht? Nee. Kino. Kino. Kino willst du gehen? Wie soll die Jana mit ins Kino gehen? Ja. Denkst du, die Jana lädt dich an? Ja. Frage mal Diana. Na ja. Ja. Ähm. Ja, nimm. Ähm. Wie geht's auf den Kino? Ja. Ja? Ja. Welchen Film willst du schauen, Tino? Pionier 4. Bibi und Tina Schier. Ja. Tschüss, Nana. Ja, tschüss. Tschüss. Bumm. Tino, du darfst doch nicht immer einfach so auflegen. Halter. Maffe. Hallo. 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 Sag mal, wer da ist. Wer bist du denn? Tino. Sag's. Hallo. Sag, du bist Tino. Tschüssi. Sag, hallo, ich hier ist Tino. Hallo, Tino. Hallo. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin Victoria. Wie bitte? Victoria. Man versteht's nicht so gut. Victoria. Ja, jetzt geht's. Hi, hier ist Tino und Tino. Hallo. Hallo. Oh, der Dich, 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 die Dich, der Dich, der Dich, der Dich, der Dich. Da ist Dogs, der Dich, der Dich, der Dich. Aber Bean Party, der Dich, der Dich. Der soll in meine Papa rufe. Hi, hier ist Seto. Er sagt, dass wir gleich als nächstes seinen Papa anrufen. Ach so, ich freu mich grad mal, dass wir angerufen haben. Alles gut bei dir? Ja. Und? Hallo. Mond. Da sind gerade Freunde von Dino gekommen. Oh, voll süß. Ey, mach's richtig. Krass, ich geh nur rufe. Also, ich warte. Ich bin best. Danke schön, ich freu mich. Also, ich wünsch dir noch einen schönen Tag, ne? Ja, danke euch auch. Danke, mach's gut, ciao. Tschüss. Tschüss, Tino. Tschüss, Tino. Tschau. Machst die Tür zu, Tino? Na gut, so nimmt das Video ein überraschendes Ende ein. Jetzt wurde Tino von zwei Kumpeln zum Fahrradfahren abgeholt. Ähm, wir haben jetzt vielleicht fünf Leute oder so erreicht. Aber war ganz cool mit denen zu telefonieren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch wenn Tino vielleicht auch einfach aufgelegt hat. Es gehen liebe Grüße raus an euch. Alle anderen natürlich auch. Checkt hier meinen Snapchat und Instagram aus, ne? Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das unbedingt. Wir sehen uns beim nächsten Video, liebe Freunde. Haut rein und ciao. Bis mal. Bäh. 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 Bis zum nächsten Mal.